weil wir vor uns das thema nonne hatten hier ist der nonnenfelsen guck mal den muss man aber nicht so bekrabbeln wie die zwei da kommt man auch einfach hin über den grünen graben zum aussichtspunkt oberhalb des nonnenfelsen hat man eine tolle sicht übrigens der nonnenfelsen gegenüber der tollesmauer frühteufel außerdem sieht die nonne aus wie ein old fellow mit bart